Hallo Leute, was geht? Willkommen bei einem neuen Gameplay mit Johnny in seiner Fuck-Maske und am... Stimmt nicht. Und am... Pony. Hallo! Scheiß Masken noch. Die ist voll gut, man. Ja, eigentlich nicht. Das macht dich fertig, wenn du das aufpasst. Ja, genau. Und ich spiel auch hier an. Damit kannst du an Frauen schnüffeln. Mit Frauen schnüffeln? An Frauen. An Frauen schnüffeln? Ja. Ist die Dachsinn. Loll. Loll. Ach, Fick. Ne, Polla. Nein, ich fang wieder. Oh, wie, irgendwas. Also gar nicht. Ja, doch. Ich brauch keine Worte, oder? Ich brauch keine Worte. Doch. Wer geht jetzt, weil es jungen? Ich gehe jungen, okay. Mein lässt und mit. Ich hab nur einen. Hi. Okay, oh Gott. Nein, ich kann jungen. Ja, wo gehen da Momohi? Ja, doch. Ich geh jetzt. Schaut es aus, ja? What the fuck? Ich finde die Movement Speed von der Erinner so krank. Ich habe 165 Movement Speed ohne alles. Ja, doch. Durch meine Mastery habe ich extra Movement Speed, genau. 35 extra. Nein, du kriegst einen Scheiß-Pull. Hallo, ich mache jetzt mal dabei. Ja, du kannst mit Timos sowieso nicht junglen. Das ist jetzt so ein Fail-Game. Hm. Das wird gut. Hm, das wird gut. Alles wird gut, solange du wild bist. Eins, zwei, drei. Ah! Was? Was ist der Helle? Nichts. Ich bin über das, du hast halt immer irgendwas denken. Wieso hast du 400 Zimmer es nichts geben? Was ist denn bei dir los? Ey, ich habe auch so wenig, aber ich habe 6 noch. Ey, weil in Mana meine Mastery ich drin habe und nicht in Leben. Was sogar wie? Äh, in Defense, äh, in... ...Defense, äh, in... ...Deal Invading, doch nicht. Ähm. Part-Pull bitte. Habe. Ja, ich habe die Hälfte jetzt schon mal. ... What the fuck's? Die haben die Schaden da. Ich habe nur einen Heifer dabei. Das war ein Alter. Ja, Alter. Genau das. An enemy has been slayed. Ich hab's echt vergessen. Ah, okay. Ich hab eine gute Idee. Du bist nur mit Timo ab ganken. Ich hab da schon mal Sorgen gemacht. Ja, mit Stein laufen. Ja, was soll ich denn so machen? Ja, Timo kann ich erst sagen, weil du nicht ganken kommst. Was natürlich. Ich wollte einfach unbedingt Timo spielen. Das ist ein Scheiß-Champ. Nein, Timo's gut. Der ist die Champ, die so ein ganzes Spiel gibt. Mann. Das spielt nicht top und gank. Verweck dich wahrscheinlich. Mann, ich komm hier mit. Dann krieg ich einen Kill. Geh weg. Geh weg. Oh, nicht. Oh, das ist schon gemacht, Mann. Nicht wenig. Oh, das ist ein Silicone. Oh, das ist ein Silicone. Oh, das ist ein Silicone. Dann krieger dich. Das läuft ab. Dass du siehst in dieser Officer so schlesson. Dann wird dir eine Schlange k wave und plötzlich rein. Dare keinen Bluis. Auch das nicht skate Nutzen. Oh, das sieht aus die Scopmus auch so super gut. Das geht noch top. Ich glaube, ich habe jetzt auch einen Munker. Einen einkriegen. Weil der Blasch und alles nachher. Einen Raffi. Was? Warst du knapp? Ist du fast gestorben oder was? Ja, und dann habe ich den Cap bekommen. Wenn ich es kann. Weil Timo scheiße ist. Der Champ ist ja gay. Gegen den, gegen die Spinne. Ja, der Noyes sieht super schon aus gegen den. Ups, 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 Ups. Ups, 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 Ups. Ja, 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 ja. Actually ist ja nächste Woche nicht mehr da. Ja. Na, ich wollte gerade den Klo fragen, wie schauts jetzt eigentlich aus mit Musik machen irgendwann, aber du bist ja weg dann. Ups, ich habe ja noch meine Ulti, sogar. Ich bin nicht in der Luft. Ein Summoner hat mich nicht in der Luft. Auf der Wind. Ja. Ich bin nicht in der Wind. Ich bin nicht in der Wind. Ich bin nicht in der Wind. Wie du willst. Bist du aus dem Botschaft gegangen oder was? Bist du da hinten? Was ist überhaupt so schlecht? Hätten wir beide wegen mir nochmal gekriegt. Ich kriege dann Blu-Waffe später. Warte. Ich hab doch Timo junglen funktioniert. Es funktioniert alles junglen. Der Frog macht jetzt zur Zeit äh 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 äh. A bis Z Cheng, also j ceremonies. Ok. So jetzt hab ich noch 2 Dorans. Ich geh dahi. Dahiii Ist er Joel. Der kriegt seinen Blu-Buff, darum kann er meinen auch haben. Ich will Blu-Buff. Nein, ich kann ihn nur noch nicht machen. Also nicht, aber ich höre dich gleich. Ich muss schnell weg. Aha. Kannst du den haugen? Ja, und? Und? Was? Und? Ich krieg dir dich. Ah, du bist nett, Arsch. Guck, du bist so schlecht. Alter Brandes. Ja, toll. Ja. Ich habe 0u1s2, das ist auch so cool. Ich muss mein Bluber vom... Wo bin ich? Passt das. Sios. Ist jetzt der Erdbeermalspie über die? Der Altbeermalspieer. Altbeermalspieer. Erschimme die Erdbeermalspieer. Erschimme die Erdbeermalspieer. Ich dachte, du wolltest Blue, Axel. Ja. Ich dachte, du wolltest Blue, Axel. Dann, oder hier. Die ist... Welcher Wiener? Ja, komm mal her, Axel. Okay. Danke. Toll. Ja, mach Jonas. Ich krieg da von mir ein Schild. Ja. Bitte klauen dann, ey. Ey, aufzimmer drauffahren, reicht schon. Einfach tanken. Ist wohl in dir. Rechtsch�ungen. Genau. Wach wurden. Nichts. Wach werden Sie gewandert. Nichts. 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 Ich mache das zu viel. Das ist ja der Flur wieder. Haha, okay. Oh man, Arshel. Das ist ja der Flur. Das ist ja der Flur. Ja, das ist ja. Jonas Bioshock ist so geil! Was? 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 Ich bin das eigentlich nur gefällt in dem Game. Das ist so geil. Ich weiß gar nicht, warum wir das Spiel jemals verkauft haben. Das ist so aus. Das ist so hart am Schluss, Hobi. Gegen 2 Epic Sisters 4-Mail fighten. Gegen 2 Epic Jonas, weißt du's? Ja. Also gehst du jetzt drauf? Ja. Äh, Tag nun? Ich hab Zurück auch noch. Hab ich vergessen. Hab ich vergessen. Ja. Ja, ja. Bei mir hat's immer noch ein bisschen umeinander gespart, also wo wir unter dem Spielen weggegangen sind. Hab ich gedacht, die sind immer noch guter. Hm. Ja. Ich weiß nicht, dass ich mich haben soll. Weil ich weiß schon, ich hab's mit Xbox schon gehabt. Ja, jetzt wird's mit C der Preis. Vielleicht weil die nicht Xbox spielen lässt. Ja, genau. Ja, genau. Ich hab gestern auch aus den Powers und Xbox noch geschaut. Der fand ich so geil. Das ist bei Mini wie Impressive. Na? Ja. 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 Ich hab's mit so lustig. Ich hab's mit so lustig. Eigentlich wollte ich den vorher aufrauben, bevor du kommst. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich hab ihn aufgeregt. Ja, sieg's doch. Ja. 0-1-2. Ja. Aber der Prim ist auch nicht gut. Der hat 1-2, oder? Ja. 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 Das war's. Das ist so gut. Na, warte, komm. So geil. Gibt's da stille. Ähm. Da gibt's so einen fetten Sumoringer. Die sagen wir zu dem immer fieser Fettsack. Und weißt du? Ja, so geil. Weißt du? Ähm. Weißt du? Ähm. Der Austin Power liegt und dann so am Ding, und diesen Fashion Corp. Und die ist eine Kopie, die sie als Schalt so, voll die geile Schwarze Negerin. Ähm. Ne, war's war's. Ein weißer Nebentür. Ja, Mann. Dann fährt sie halt da so durch, weil sie wollten eigentlich zu diesem fiesem Fettsack, wegen irgendeinem komischen Schlüssel. Und alle Sumoringer schmeißen halt die Rute hoch und schon rein. Der springt da dann sofort aus und der hat immer noch einen kleinen Blick. Und dann kommt durch dieser fiese Fettsack raus. Und das ist so, ich denke, davor waren wir beim Scheißen. Da guckt der ins Klo rein, so. Hör, ich hab heute doch gar keinen weißen Gäst. Und so geil. Dann betteln die sie halt. Ja, Mann. Dann schleudert er halt diesen fetten Sumoringer durch die Gegend. Und dann rennt er. Dann ist, in der Mitte ist so ein Bad. Das ist so ein fetter Badewanne. Und da liegen so mehrere Sumoringer drin. Der Osten Power ist halt so ein kleiner Schlüssel. Und dann rennt halt über die Wolke auf die andere Seite. Und dann der Sumoringer so. Hey, das kann ich auch. Dann rennt er so. Und dann macht er so 20 Backflips über dieses Becken, was gar nicht geht. Das ist so geil. Und dann auf einmal reißt halt so ein Seil. Und er so. Oh fuck. Schon wieder ein Draht sein Christen. Und hab halt diese Situation voll verarscht. Und so geil. Später am Ende vom Film kommt dann dieser fiese Fettsack. Und dann hat er voll abgenommen. Weil es ist total dünn. Und dann der Osten Power so. Hey. Du bist ja gar keine fiese Fettsack. Jetzt bist du nur noch fies. Ja. Ich hab jetzt eine Sandwich der Hände gemacht. Und bin jetzt 200 Pfund leichter. Aber leider hab ich ein Problem mit überschüssiger Haut. Weil es schon überall hängen dann die Haut runter. Und dann eher so. Aber dafür schaut jetzt mein Hals aus wie eine Vagina. Das ist so geil. Oh man. Der Film ist so lustig. Oh ja, auf dem Minimum. Das ist so ein Klon vom Dr. Evil. Ein ganzer Klon, ne? Von Wosho. Dann, ähm, So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, infiltrieren. Und dann, ähm. Und dann, ähm. Dann, ähm. Aus dem Senken so ne, ähm. So ne, ähm. So ne Erstuntersuchung rein. Und. Und. Was ist so geil. Ähm. Dann ist er halt hinter so am, ähm. Zaundding da. Also so ne Absperrung. Wo halt du als Jungs herkommst. Aber man sieht halt seine Schaden. Der Minimum hängt halt an die Klon. So, wie sagt man. So, wie sagt man. Das Leliputana. Das Leliputana. Und den hat er mit so einem komischen Kabeltesput. Damit man ihn zickt. Und. Dann ziehst du halt den Schaden. Und dann auf einmal reißt das Kabel unter dem Kabel war Flüssigkeit drin. Weil das hat er von so einem. Ähm. Ihr kennt so die Schleiche wo das komische Zeigt so hängt. Ähm. Wo man so Infusionen macht. Aha. So ein Schlauch. Da ist halt ein bisschen Wasser drin. Oder keine Ahnung was. Und. Da siehst du halt an Schaden. Dann schaut das aus. Das dann eher Köln. Und dann läuft das Wasser aus. Dann klirft der Minimum halt dann aus. Und dann reißt das so die Schnur auseinander. Und der Doktor der auf der anderen Seite steht. Denkt heute direkt da mitten in der Station. Er kennt. Und von der Point Out machen. Das ist so geil. Das ist so lustig. Und dann gibt es da zwei Japanerinnen. Oh ne. Die heißt. Ähm. Fuck me. Die andere heißt. Fuck you. Das ist so lustig. Und dann so. Oh du bist aber ungezogen. Das ist so geil. Alter. Das ist so lustig. Ja. Ja. Oh und Flo. Ich habe es schon ein bisschen älter. Ich habe es schon ein bisschen älter. Ja. Ich glaube 2002 oder so. Ja. Und. Ich habe es mit dem Ziel zur Reparatur gebraucht. Und Silvia Klopp das hier in zwei Wochen gebraucht. Also sprich hier am Anfang hier wo ich brauche. Ja. Fertig wäre da sein auch die Ferien. Also für ein paar Minuten. Nur wenn ihr betript ist es zu sehen mal. Also für ein paar Minuten. Nur wenn ihr betript ist es zu sehen mal. Also für ein paar Minuten. Sie hat schon noch was anderes drüber. Weil sie ja natürlich nicht mehr als Kunden hat. So. Oh. What the fuck. Die muss eh nicht drüber machen. Die legt nicht. Die wird die Bestplatte informatieren. Das dauert vielleicht. Keine Ahnung. Eine Stunde oder so. Oder ne. Der Ball. Ähm. Die Messerleute. Du fühlst uns den drauf auf. Du musst auch nicht drüber machen. Du musst einfach bloß die CO schalten. Du musst die eine. Bloß sind sie glühen. Die dauert vielleicht 30 Stunden. Oder so. Wie so alles eingestellt ist. Und keine Ahnung was. Die haben sie mit Kraft und Treiberkraft zu schaffen. Die locker machen. Doch. Kann ich einfach zu haben. Aber. Trotzdem. Das ist doch wie Geschick. Wie. Sollte ich beschissen und behindert. Mit zwei. Einem Wort zu haben. Ah. Komm. Ich bin. Ja. Nein. So läuft der sofort zu meinem Leibhaus. Gut dass ich hier dabei habe. Gut dass ich nichts zuhause habe. Gut dass ich nichts zuhause habe. Ja. Die hat sich in den Liberation zu gehen. Nein eh. Was? In den Liberation zu gehen. Okay. Ab wo meine Schwester blickt. Und die fahrt jetzt glaube ich. Ende geht mal. Ich weiß nicht. Die fahrt auf jeden Fall irgendwann einmal jetzt. Tage in die Türkei. Und wirklich was. Ich bin ein übelst geil Tabak. Aber was. Die darfst du ja nicht komplett importieren. Doch. Die haben die Fisk bleibt von der Körper oder so. Die zu wie viel Zanz? Äh. Die zählen klein Kämpfer aus dem Zub. Ich glaube nicht. Weil die dürfen sie ja normalerweise nicht besitzen. Weil. Was klein Kinder zählen nicht dazu? Weil. Ich kann mit dem Movement Speed O. Ja. Du weißt den Vogel aus dem Zub. Das ist ein Vogel. 442. Ja die sind auch noch Masteries. Ja, weil dann darfst du halt 200 Gramm mitnehmen, weil ich glaube, das reicht locker türkischer Tabak. Dann rafen wir wahrscheinlich wenigstens auf dem Druck. So geil, das wäre so geil. Aber ich muss halt als Ausgleich, in Berlin gibt es auch diese Donutwaren aus den Amis, die Tanken-Donutwaren. Als ich sagen, wo ich höre, ist das so eine fette Packung, da verbringt man Tabak nicht. Aber ich bin eh viel weniger drauf, weil zieht der wahrscheinlich dann für die 200 Gramm Türken-Tabak mit Zoll so nicht mehr. Tabak, Alter. What the fuck macht der Schaden. So, na, es kannst du woanders fahren, in den Fix. Ah. Nee, eigentlich nicht. Ich muss dir noch zurückzahlen vom letzten Game. So, wird der... Alter, mein Gott. So, hat der Flug gemacht. Ja. Wo ist der Flug gemacht? Keine Ahnung, was schon dann? Was hast du noch gemacht? Ich konnte erst sagen, welche Schriftart das ist. Äh, warte, ich schreibe es. Äh, Stellung A, Stellung C, Stellung F. Ja, ich schaue dann später mal. Ja. Ähm, wirst du die Gratis-Version oder die Echte-Version? Von was? Von Photoshop. Von Photoshop. Von Photoshop. Ich bin gerade so viel Pro, du hörst mal mit meinen Matches, würdest du sagen, Alter. So heftig. So heftig. Über 300. Über 300. Drei oder so. Über 300. Drei oder so. Äh. Äh. Ja, genau. Okay, jetzt bist du weg für uns. Dann kann ich auch noch. Und. Tschau. The cycle of life and death continues. We will live. They will die. Herrera. Der. 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 Amen.